So, jetzt kommen wir zu meinen Rätselstellen, auch grob. Hoffen wir, dass wir vielleicht hier einen Giraffenstall bekommen. Also mal den ersten Rimmel. Und einen Flamingo. Geht doch schon mal gut los. Ich hoffe auf jeden Fall. Auf viele Sonderstellen natürlich. Gute Upgrades. Oh, ja. Nicht vergehen. Giraffe, wo bleibst du? Aber, jetzt haben wir den ersten Koala-Geheger Orange. Meinen allerersten. Mega, mega geil. Auf jeden Fall dürfen wir uns nicht beschweren, die sind ja kostenlos gewesen durch angesparte Events und so weiter. Auf jeden Fall keine einzige Todgolde dafür ausgegeben. Nochmal einen Hiebwertstall. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, das ist die, tatsächlich die Australien-Flagge. Einen Tiger-Jäger. Da gibt es, glaube ich, gar kein rotes Upgrade, oder? Was ist das? Da gibt es gar kein höheres Upgrade als Orange. Nee. Deswegen ist das auch sehr gut. Hm, brauche ich es nicht unbedingt. Jetzt kommt es mehr. Ich hatte erst einen einzigen Classic++. Sonst ist es immer so viel, gell? Ganz viel Anaconda meistens. Eigentlich sehr gut, weil die... Schau mal, wie lange der dauert. Überhaupt nicht. Achso, verstehe nicht dran. Dauert auf jeden Fall überhaupt nicht lang, deswegen finde ich die schon sehr praktisch. Ich will ja immer noch, dass das Anaconda-Futter geändert wird, aber... Ja, das wird echt schön. Wir haben zwar schon ein bisschen Futter angespart durch die Tiki-Box, aber trotzdem... Naja, bis jetzt wurde es noch nicht geändert, leider. Müssen wir für die Questaufgabe für die Kristallfälle sparen. Ich glaube, da hätten wir sogar genügen, aber trotzdem. Tiger-Jäger. Ja, ich hätte auch gerne einen Löwengegen, aber den hat man leider nur durch... Denk mich, guck mal. Wie heißt's? Stalzino, oder? Affengege. Hm. Das ist natürlich ein Express sogar. Nee. Stalzino. So, was haben wir jetzt? Ein Krokodilgegen. Nice! Ich glaube, mein zweites erst. Wo bleibt die Giraffe? Wir haben jetzt schon fast 35 geöffnet, insgesamt. Und kein einziger Giraffenstall. Das ist schon... Uh! Ein Elefantengegerrot! Ja, schaut geil aus. Aber wenn du jetzt denkst, du hast ja echt Tuggrün dafür ausgegeben und dann kommt ein einziger aus, das ist schon ein bisschen interessant. Kann ein Baby legen. Oh! Komm schon! Komm schon! Und? Nein! Nein, Tier! Schade, schade! Komm schon! Und? Ja! Wandergegegerrot! Gib mir nochmal einen rotes Upgrade. Ein Krokodilgestall. Die haben wir nochmal ein Flamingogehege. Bin auf jeden Fall gespannt! Oh! Ein Seehundbecken! Das gibt's ja auch noch! Stimmt! Und ich weiß gar nicht, habe ich das überhaupt? Doch, das glaube ich hast du auch. Komm mal schnell nach. Schaut auf jeden Fall mega, mega geil aus. Ja, ich hab's auch. Einen Tigerjäger haben wir nochmal. Hast du jetzt schon drei Stück? Bin auf jeden Fall gespannt, welcher Rätselstall als nächstes kommen wird. Zebra! Wahrscheinlich das Zebra. Ja. Und da haben wir nochmal ein Liebpferd. Die letzten zwei. Komm schon! Mal da umdrücken. Vielleicht klappt's jetzt. Nein! Ameisengehege. Und der allerletzte für heute. Und was haben wir drin? Einen Elefantengehege. Oroch! Es will nicht sein heute mit einem Giraffenstall. Trotzdem hat's mega mega Spaß gemacht, mit euch die Stelle heute zu öffnen. Viele Sonderstelle habe ich auch bekommen, bin auf jeden Fall auch zufrieden. Hätte mich natürlich über einen Giraffenstall gefreut. Dann würde ich sagen, war's das schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und tschau! Tschau! Tschau!